Was ist nun das Besondere an unserer Arbeit oder was ist eigentlich das andere gegenüber allen vergleichbaren Energiearbeiten? Wer sich jemals mit Energiearbeit auseinandergesetzt hat, der weiß, dass der Anwender Kanal ist oder über sein eigenes Energiefeld Energien transportiert oder transformiert. Bei unserer Arbeit geht es darum, bei dieser Energiearbeit, da ist der Anwender nichts anderes als der, der eine Verbindung herstellt. Eine Verbindung zu hohen Energien, die dann selbstständig und von alleine wirken und zwar unmittelbar, direkt, sichtbar, spürbar. Das heißt, es ist nicht eine Glaubensfrage, ob die Energie arbeitet, sondern es ist eine direkte, wahrnehmbare Energie, die wir bezeichnen als Welle, die kommt und dann vergleichbar ungefähr so sich darstellt, ein Raum, der mit schlechter Luft versorgt ist und es wird ein Fenster aufgemacht, kommt frische Luft rein. Man fühlt es wie eine Welle, wie ein Austausch von Energie. Wenn wir das jetzt als Modell nehmen und sagen, jeder Energiekörper, jeder Mensch hat sein eigenes Feld, sein eigenes Energiefeld, das verdichtet ist und wir öffnen jetzt diesen Kanal für diese Person, dann kommt in einer Welle diese Energie in dieses Energiefeld hinein, transformiert alle verdichteten Energien und das Feld wird geklärt, gereinigt und letztendlich klarer gemacht in der Ausstrahlung. Und wer eine klare Ausstrahlung hat, wird zum Magnet, wird zur Anziehung auf alles das, was in ihm angelegt ist und was ihn so besonders macht. Und das ist eines der ganz großen Ziele, aber auch eines der großen Unterschiede zu allen anderen Arbeiten. Und das ist eines der großen Ziele, aber auch eines der großen Ziele, aber auch eines der großen Ziele,